In diesem Video soll es um die Grenzen der bisherigen Schaltung gehen. Ich habe dazu erstmal die Schaltung ein bisschen modifiziert. Und zwar bin ich hingegangen und habe diese LED-Kette hier oben gegen Widerstand ausgetauscht. Den habe ich RL genannt. Das L soll in dem Kontext hier für Last stehen. Man könnte auch RV nehmen für Verbraucher, aber dann besteht eine Verwechslungsgefahr mit einem Vorwiderstand, den wir ja auch schon mal eingebaut hatten. Deswegen dann nicht das hier RL. Das macht man immer dann ganz gerne, wenn man über die Last eigentlich nichts sagen will und gar nicht weiß, ob da jetzt LEDs drin hängen, ob da Leuchten drin hängen oder irgendwelche anderen Verbraucher. Dann nimmt man einfach allgemein irgendeinen Widerstand und lässt es damit gut sein. Des Weiteren fällt an diesem Widerstand jetzt eine Spannung ab. Die heißt hier UL eben für U Last. Und die werden gleich einen gewissen Einfluss haben. Die Grenzen der bisherigen Schaltung liegen zum Beispiel, das hat man schon gesehen, darin, dass wir erstmal eine gewisse Mindestspannung für UE brauchen, damit überhaupt ein Kollektorstrom fließt. Wir hatten im letzten Beispiel gesehen, dass wenn UE in einem Bereich von 0 bis ungefähr 0,6 Volt unterwegs ist, dass da einfach überhaupt kein Kollektorstrom fließt. Das heißt, die Schaltung ist einfach zu. Dieser Bereich kann also nicht sinnvoll genutzt werden. Das ist eine Grenze der Schaltung. Es gibt aber noch eine weitere oder zwei weitere sogar. Und zwar hängt eine damit zusammen, dass wir den Transistor ja als Stromverstärker betreiben. Wenn man sich mal an ganz frühere Videos zurückerinnert, dann war da gesagt oder hatten wir da gesehen, dass wir damit der Transistor als Stromverstärker arbeiten kann, eine gewisse minimale Kollektor-Ammeter-Spannung eingehalten werden muss. Und in den letzten Videos hatte ich mal gesagt, wenn man mehr als 0,6 oder größer gleich 0,6 Volt nimmt, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. In den Simulationen hatten wir gesehen, dass das auch gerne mal je nach Kollektorstrom bei kleinen Kollektorströmen durchaus 0,4 Volt sein können. Mit 0,6 Volt sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Die nehme ich jetzt auch in Zukunft immer, um in der Videoreihe hier konsistent zu bleiben. Wenn ihr andere Quellen nutzt, steht da gerne mal 0,4 oder 0,5. Das ist alles so ein bisschen, ja ich sag mal eine Faustformel und eine Pi mal Daumenpeilung. Entsprechend ist davon nichts so wirklich richtig oder falsch. Inwiefern begrenzt das jetzt hier unsere Möglichkeiten bzw. unsere Schaltung? Naja, wenn man sich hier mal eine Masche anguckt, und zwar diese hier im Laststromkreis, dann stellt man fest, dass man die Kollektor-Ammeter-Spannung jetzt auch schreiben kann als Betriebsspannung minus Spannung an der Last, minus die Spannung über diesem Emitter-Widerstand RE. Die Spannung am Widerstand RE hängt jetzt vom Kollektorstrom ab, denn wenn wir uns das hier nochmal angucken, dann fließt hier der Emitterstrom durch diesen Widerstand, das heißt die Spannung ergibt sich aus Emitterstrom mal Emitter-Widerstand. Wir hatten aber auch gesagt in der Näherung, dass ungefähr der Emitterstrom gleich dem Kollektorstrom ist. Das heißt, was wir hier hinschreiben können, ist ungefähr das hier. Die Spannung URE setzt sich zusammen aus dem Kollektorstrom mal dem Emitter-Widerstand RE. Was wir daran sehen können ist, dass diese Spannung URE steigt mit zunehmendem Emitter-Widerstand und mit zunehmendem Kollektorstrom. Jetzt ist es so, dass unsere Last, also unser Verbraucher, zwei Dinge vorgibt, nämlich die gibt quasi vor, wie viel im voll durchgesteuerten Zustand, also unter Volllast, wie viel Spannung an die abfließen soll. Ich nenne das mal ULmax. Und die gibt noch vor, wie viel Strom dabei durch sie fließen soll. Das wäre hier ILmax. Beides sind Werte, die halt im Wesentlichen, oder nicht im Wesentlichen, sondern ausschließlich von unserer Last abhängen. Und das finden wir dann im entsprechenden Datenblatt. Bei den LEDs war es beispielsweise so, die sollten maximal 20 mA Kollektorstrom, beziehungsweise Laststrom haben. Und dabei hatten sie eine Spannung von jeweils 3,45 Volt und das Ganze sechsmal hintereinander. Das sind Werte, die unsere Last vorgibt. Und was wir hier auch noch wissen, ist, dass der maximale Laststrom dann auch gleich der maximalen Kollektorstrom ist, denn das ist ja ein und derselbe. Im nächsten Schritt können wir uns jetzt also überlegen, wie groß ist denn dann die minimale Kollektor-Amitter-Spannung, die in unserer Schaltung überhaupt auftreten kann. Dann wäre UCE-Min nichts anderes als die Betriebsspannung. Die ist ja fix, die ändert sich nicht in Abhängigkeit des Kollektorstroms. Das ist jetzt eine ideale Spannungsquelle. Minus und dann kommt hier eben die maximale Spannung an der Last hin. Und nochmal der maximale Kollektorstrom, der fließen kann oder fließen muss, damit die Last voll ausgesteuert ist, mal dem Emitter-Widerstand RE. Und das Ganze hier in Kombination soll jetzt größer gleich oder muss jetzt größer gleich 0,6 Volt sein, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Darauf haben wir jetzt relativ wenig Einfluss. Also wir können vielleicht an dem Netzteil nicht beliebig drehen, mit dem wir versorgen. Also wir könnten davon ausgehen, UB ist jetzt quasi fest. Wir könnten ferner davon ausgehen, dass unsere Last halt nun mal fix ist. Das ist halt die Last, die wir betreiben wollen. Das heißt, an diesen beiden Werten können wir im Grunde auch nichts ändern. Das Einzige, woran wir was ändern können, ist hier der Emitter-Widerstand RE. Und hier sehen wir, dass wenn wir den kleiner machen, dass dieser Anteil hier dann kleiner wird. Das heißt, mit kleinerem Emitter-Widerstand kann ich eine höhere Last treiben. Das heißt, ich kann dann mehr Kollektorstrom ziehen, weil dann dieser Ausdruck hier insgesamt etwas kleiner wird und diese 0,6 Volt später erreicht werden. Wenn ich diesen Emitter-Widerstand zu groß mache, dann werden diese 0,6 Volt vielleicht bei einem Kollektorstrom schon erreicht, der gar nicht mal ICmax ist, sondern schon früher. Um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, dazu mal zwei Beispiele. Im ersten Beispiel gehen wir mal hin und sagen, wir haben eine Betriebsspannung von 9 Volt. Wir haben ferner eine maximale Spannung an der Last von 7 Volt. Darüber hinaus braucht diese Last für diese 7 Volt Maximalspannung einen Strom von, wie gehabt, 20 Milliampere. Und wir haben jetzt einen Emitter-Widerstand von 100 Ohm verwendet. Was passiert dann, wenn wir jetzt diese Formel hier nehmen für UCE, diese hier, beziehungsweise auch diese hier drunter? Dann stellen wir fest, dass UCE Min, und ich setze jetzt die Werte mal direkt ein, nichts anderes ist als 9 Volt für UB, minus ULmax, ULmax sind 7 Volt, minus ICmax sind 20 Milliampere, mal den Emitter-Widerstand RE, also 100 Ohm. 20 Milliampere mal 100 Ohm sind 2 Volt, und dann stünde hier jetzt 9 Volt minus 7 Volt minus 2 Volt, und das sind, wie der findige Mathematiker weiß, 0 Volt. Das heißt, in diesem Falle wäre die minimale Spannung über UCE, die wir haben könnten, 0 Volt. 0 Volt sind offensichtlich weniger als 0,6 Volt. Das heißt, in diesem Beispiel würde das Ganze schief gehen. Das funktioniert nicht. So würde die Schaltung nicht funktionieren. Zweites Beispiel wäre, gleiche Bedingungen, ich kopiere mir alles mal rüber, lasse alles gleich, ich ändere nur was an dem Emitter-Widerstand, und RE. Das heißt, ich nehme statt RE 100 Ohm, nehme ich mal einen Emitter-Widerstand von 50 Ohm. Den halbiere ich jetzt mal. Wenn ich das jetzt tue, dann stünde hier, UCE Min, ist gleich, ja, im Prinzip gleiches Spiel wie eben, sind 9 Volt, minus 7 Volt, minus 20 Milliampere, mal 50 Ohm. Und 20 Milliampere mal 50 Ohm wären 1 Volt, und was hier dann rauskommt, sind 9 minus 7 minus 1, sind 1 Volt. Und in dieser Dimensionierung würde das Ganze funktionieren. Also mit einem Emitter-Widerstand von 50 Ohm würde das Ganze funktionieren, mit einem Emitter-Widerstand von 100 Ohm würde das Ganze nicht funktionieren. Das heißt, dass bei einer gegebenen Betriebsspannung UB, bei einer gegebenen maximalen Spannung an der Last von ULmax, und bei einem gegebenen maximalen Kollektorstrom, der ja gleichzeitig der Laststrom ist, der Widerstand RE nicht zu groß werden darf. Jetzt ist die Aussage, nicht zu groß, natürlich immer wenig hilfreich, denn letztlich weiß man ja dann nicht, wie groß er sein darf. Also gucken wir uns das Ganze in Formeln nochmal kurz an. Die Kollektor-Emitter-Spannung setzte sich ja so zusammen, und wenn wir jetzt sagen, die minimale Kollektor-Emitter-Spannung darf 0,6 Volt nicht unterschreiten, dann nehmen wir hier mal für die minimale Kollektor-Spannung die 0,6 Volt, und lösen das Ganze jetzt mal nach Emitter-Widerstand auf. Und wenn wir das machen, dann müssen wir folgendes tun, wir müssen diesen Term nach drüben bringen, den Term dahin, und wir müssen das am Ende einmal durch ICmax teilen. Das mache ich jetzt alles mal in einem Schritt, und wenn mich meine Kopfrechenfähigkeiten nicht ganz täuschen, dann kommt da sowas raus, wie der maximale Emitter-Widerstand darf nur so groß sein, dass wir UB minus ULmax minus 0,6 Volt im Zähler haben, und dann durch den maximalen Kollektor-Strom teilen. Das wäre die Formel, die wir haben für den maximalen Emitter-Widerstand. Größer darf er nicht werden, sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Und wie gesagt, die Werte sind alle gegeben, Betriebsspannung kennen wir, ULmax kennen wir, 0,6 Volt sowieso. ICmax kriegen wir auch über die Last. Soweit so gut. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, wenn der eine gewisse Größe nicht überschreiten darf, ja man, halt kleiner. Uns wird ja hier an keiner Stelle gesagt, welchen Wert er minimal haben darf. Das Blöde ist jetzt, dass dieser Emitter-Widerstand direkt Einfluss darauf nimmt, wie groß die maximale Eingangsspannung sein darf. Also man muss daraus sofort die Frage ableiten, wie groß darf denn UE dann eigentlich werden. Und wenn wir uns diese ganze Konstruktion hier nochmal angucken auf der Seite, können wir hier nochmal eine Masche aufziehen. Ich lege die jetzt quasi so rum. Und dann stellen wir fest, dass die Eingangsspannung ja nichts anderes ist. Ich glaube, das kann man auch einfach ganz gut sehen. Das ist die Basis-Emitter-Spannung, UBE. Das ist die, die hier liegt, nochmal zur Erinnerung. Plus die Spannung am Emitter-Widerstand ist. Oder auch UBE, angenommen als Konstant 0,7 Volt, plus eben der Kollektor-Strom, beziehungsweise Emitter-Strom, wieder mit der Näherung, beide sind gleich, mal dem Emitter-Widerstand. Das heißt, meine maximale Spannung am Eingang ist dadurch begrenzt, dass ich sage, die maximale Eingangsspannung, die ich habe, ist die Basis-Emitter-Spannung, plus den maximalen Kollektor-Strom, den ich habe, der wieder durch die Last vorgegeben ist, also IC-Max oder I-Last-Max, vorgegeben durch den Verbraucher, mal dem maximalen Emitter-Widerstand, den ich einstelle, den ich wählen kann. Das bedeutet, das darf da nicht drüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steuerausgang habe, so wie jetzt eben diesen Pin, den wir im Beispiel vorher für den Dimmer mal angenommen haben, und der deckt jetzt nun mal einen Bereich von 0 bis 3,3 Volt ab, ja, dann kann ich daran nicht viel machen. Dann ist halt die maximale Spannung von dem Ding 3,3 Volt. Und wenn ich jetzt sage, die darf ich aber nicht nehmen, weil ich diesen Emitter-Widerstand hier zu klein gewählt habe, ja, dann verschmalert sich quasi der Bereich, in dem ich überhaupt steuern kann. Das wäre ja jetzt auch nicht wünschenswert. Das heißt, es gibt hier so ganz, ganz viele, und man merkt, das wird ein bisschen, ja, nicht konfus, aber es wird irgendwie komplex. Es gibt hier so ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, auf die man achten muss, und das ist leider, leider, ja, das Manko der Schaltung, und das können wir alles nicht so richtig unabhängig voneinander einstellen. Was eigentlich total schön wäre, aber das geht halt nicht, ist zu sagen, ja, ich betrachte alles unabhängig. Ich brauche so und so viel Strom, ich habe so und so viel Eingangsspannung, ich schmeiße das alles zusammen in eine Schaltung, und das passt dann schon. Das geht an der Stelle jetzt leider nicht, sondern wir haben jetzt quasi darauf zu achten, dass hier alle möglichen Nebenbedingungen eingehalten werden. Um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, hier nochmal ein Beispiel. Also wir nehmen mal an, wir haben eine Betriebsspannung von 9 Volt, wir haben eine maximale Spannung an der Last von 7 Volt, und wir haben maximalen Strom durch die Last von 20 Milliampere. Dann können wir damit jetzt unseren maximalen Ammeter-Widerstand ausrechnen, den wir haben können, und das wären nach dieser Formel, die ich jetzt nicht nochmal hinschreibe, sondern direkt Werte einsetze, 9 Volt minus, ULmax sind 7 Volt, minus 7 Volt, minus 0,6 Volt. Das, was hier oben jetzt steht, ist eigentlich die Spannung am Emitter-Widerstand, und das teilen wir durch den maximalen Kollektorstrom, den wir haben können, also 20 Milliampere. 9 minus 7 minus 0,6 sind 1,4, also wir haben 1,4 Volt oben und ein 20 Milliampere, und 1,4 Volt durch 20 Milliampere sind gleich 70 Ohm. Sofern mich meine Kopfrechenkünste jetzt nicht völlig im Regen haben stehen lassen. Jetzt haben wir 70 Ohm-Emitter-Widerstand, und jetzt können wir daraus die maximale Eingangsspannung ausrechnen, die wir haben dürfen, damit die Schaltung nicht übersteuert, und dann wäre UE-Max nichts anderes als, ja, UBE sind 0,7 Volt, oder nehmen wir als 0,7 Volt fix wieder an, plus IC mal RE-Max, IC-Max sind 20 Milliampere, RE-Max sind 70 Ohm, also plus 20 Milliampere mal 70 Ohm. 20 mal 70 sind 1400, Milliampere mal Ohm sind Millivolt, also haben wir 1400 Millivolt, sind 1,4 Volt, 1,4 Volt plus 0,7 sind 2,1 Volt. Wir dürfen also am Eingang maximal 2,1 Volt haben, damit die Schaltung nicht übersteuert. Das heißt, in diesem Beispiel würde es schon nicht funktionieren, mit einem, ja, Pin, der zwischen 0 und 3,3 Volt variiert, diese Schaltung vernünftig auszusteuern. Das heißt, der Bereich von 2,1 Volt bis 3,3 Volt würde die Schaltung maßlos übersteuern, und das Ganze würde in dem Bereich nicht mehr funktionieren. Um das Ganze jetzt auch nochmal zu zeigen, habe ich die Schaltung nochmal in Multisim aufgebaut. Wir haben also hier unseren Transistor, der wird betrieben von einer Betriebsspannung von 9 Volt. Eingangsspannungsquelle steht hier jetzt gerade auf 2,1 Volt, aber die werden wir gleich variieren und gucken, was passiert. Wir haben einen Emeterwiderstand von 70 Ohm und einen Lastwiderstand von 350 Ohm. Diese 350 Ohm kommen zustande, indem wir sagen, unter Volllast sollen 7 Volt abfallen und ein Strom von 20 Milliampere fließen. Das heißt, 7 Volt durch 20 Milliampere, das sind genau die 350 Ohm. Und jetzt können wir uns angucken, was passiert. Wir machen jetzt das Gleiche, was wir schon öfter gemacht haben. Wir variieren jetzt die Spannungsquelle UE. Das heißt, wir nehmen V, also die Spannung der Quelle UE, und variieren die mal zwischen 0 und 3 Volt. Wir machen damit sehr kleine Schritte, 20 Millivolt-Schritte, und anzeigen, tun wir uns den Kollektorstrom. Und was wir jetzt gesagt hatten, ist, wir brauchen wahrscheinlich eine gewisse Spannung, bis das losgeht, und ab ungefähr 2,1 Volt ist die Schaltung übersteuert und funktioniert dann nicht mehr. Und das können wir uns jetzt auch angucken. Das Ergebnis sieht nämlich so aus. Wir sehen hier den ersten Bereich, da haben wir 0 Ampere oder 0 Milliampere Kollektorstrom. Das fängt hier erst auch wieder, wie wir es hatten, bei ungefähr 0,6 Volt an. Also ab 0,6 Volt fängt dann an, Kollektorstrom auch wirklich zu fließen. Und das Ganze läuft jetzt hier hoch entsprechend. Mit zunehmender Eingangsspannung fließt dann noch mehr Kollektorstrom. Bis zu einem gewissen Punkt, der liegt jetzt hier. Dann passiert was Eigenartiges, dann sinkt sogar der Kollektorstrom wieder. Das ist der Punkt, wenn der Transistor in Sättigung gerät. Also wenn UCE kleiner wird als, ja, wir hatten gesagt 0,6 Volt, aber es sind jetzt bei uns hier eher 0,3 Volt. Aber dennoch sehen wir hier, dass dieser Punkt, wo das passiert, wo es irgendwie komisch wird, ich sag mal, das ist hier so, der liegt tatsächlich bei einer Eingangsspannung von jetzt ungefähr 2,2 Volt. Wir hatten mit ein bisschen Sicherheitsabstand 2,1 Volt ausgerechnet und das passt doch sehr gut. 2,1 Volt sehen wir, werden hier ungefähr, da und da haben wir jetzt noch ein bisschen Luft nach oben. Und so sollte das Ganze ja auch sein. Wir haben das Ganze jetzt quasi nicht auf Kante genäht, sondern so ein bisschen Sicherheitsabstand, deswegen, wir haben mit 0,6 Volt gerechnet, der Transistor hier kann bei dem Strom schätzungsweise 0,3 Volt Sättigungsspannung oder minimale UCE-Spannung und da haben wir hier ein bisschen Luft. Aber dahinter geht schief. Da sinkt der Kollektorstrom wieder ab und das funktioniert nicht mehr. Aber in diesem Bereich funktioniert unsere Schaltung wie sie soll.